jo Leute was geht ab und ein herzliches Willkommen es ist sehr 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 lange her wirklich es ist echt lange her und deswegen reagieren wir heute mal wieder auf ein Video und zwar auf eines von satten Hugo der schlechteste Streamsnapper ever also besser gesagt vom hungrigen Hugo und ich bin sehr gespannt ich hoffe es wird lustig und ihr könnt mit lachen abonniert gerne unseren Channel kostenlos lasst euch gerne da und schaut auch gerne unbedingt auf Instagram und auf TikTok frei leg's in Malung in der Bio und wir starten direkt Baywatch das kann das kann nicht lieber was man stirbt wenn man zwar so hilft was läuft was läuft willkommen zum nächsten Video ich bin jetzt auf der Suche nach Essbahren gegenständen ich habe gehört der Fliegenpilz soll sich wunderbar Mit Pilzen würde ich mich nie anlegen. Das ist echt immer scheiße. Ich meine, gerade wenn du den Vers mit den roten Punkten hast. Ja, aber auch so, du kannst da eigentlich richtig drauf zahlen. Eigenen zur Nahrung, Nahrungsbeschaffung. Steakhouse, Pizzeria, Eiskaffee, Biergarten. Restaurant, Eiskaffee, Einigkeit. Ja, das ist mir wichtig. Einigkeit in einem Eiskaffee hat für mich immer höchste Priorität. Das ist schon gut durchdacht. Hört da nochmal genau hin. Ich fühle seinen Punkt. Ich glaube, ich werde jetzt auch Impfgegner. Guck mal. Mit Booster. Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Das Beste, was man bei einem hohen Puls erstmal tun sollte, ist, sich erstmal einen Booster reinzupfeifen. Wo sind die geimpft denn? Wo sind die geboostert denn? What the fuck? Wer geboostert ist, ist so drauf wie ich. Ich überlege mir das nochmal mit dem Booster. Also sorry, aber der Mann, dass der noch keinen Herzinfarkt hat, das ist echt ein Wunder. Wo sind die Ungeimpften? Ihm verweigere raus! Wo sind die geboostert denn ich? Alter, was ist mit dem Mann los? Muss man immer den ganzen... Bruder, Alter. Ist das dein Bruder? Über meine Augenringe. Über meine Optik. Willst du mich verarschen? Seine Augenringe sind... Seine Augenringe sind größer. Er ist viel jünger und seine Augenringe sind ja noch viel größer. Schönen Sie bitte einmal die Motorbauaufnahme. Und Angst vor Marder. Das habe ich auch noch nicht gesehen, Digga. Das ist so der Klasse, der ist auch mal oftmals verkauft, dass man sich Toilettensteine oder WC-Steine in den Motorraum hängt, das soll Marder abheiden. Vielleicht ist es aber nicht unter Tuning, oder? Nein. Da hat er einen rausgehaut, Digga. Ich kann mich über die Hände nicht umgehen. Red Death. Siehste? Hat funktioniert. Brauch ich zwei, drei Lassus? Oder schätzen Sie mich so gut ein, dass ich es direkt mit dem Ersten schaffe? Ich schätze, Sie sollen, dass Sie erst mal lernen sollten, ein Lassus zu benutzen. Oh, fattig. Hey, hey! Oh! Du f*** mit mir, boy! You don't want that! Komm her, wenn du es wissen willst. Ich wollte dich nicht mehr. Mr. Freeman, verzeihen Sie mir. Ich bin in Vollkontakt übergegangen. Ähm. Hört mal meinen Stream bei dir im Hintergrund. Äh, mein Bruder guckt gerade. Also sitzt neben mir. Ach so. Ja, vielleicht hat er mir gesagt, dass du gerade spielst. Ja, vielleicht. Vielleicht. Oh, weg ist. Oh, nein. Oh, er ist es gekommen? Nein! Nein! Oh, das hört man auch. Oh! Oh, das wurde gesniped. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ich glaube, ein Game schluss ab. Oh, Mann ey. Okay, und bist du hier mit Abschluss reingekommen? Oder hast du es passiert? Ich habe es mal first. Ich habe so gedacht, okay, drei Minuten Delay. Mal versuchen. Ja? Okay, krass. Jetzt bin ich drin. Sauber. Oh, nee! Mein Game ist abgestürzt! Oh! 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 Sau! Nein! Nö, ist nicht abgestürzt. Aber ein Streamsniper. Da gibt es sogar zu. Kannst du uns einen Stockweg höher fliegen? Jedenfalls. Und einen hoch. Ah, lol. Wie willst du da einsteigen? Ich habe gerade noch jemanden im Chat entdeckt. Und zwar den iFabian1. Moin Moin. Hallo. Kack Veganer. Sind Mods online? Huha. Ja, Fabian. Also manchmal müssen auch gar keine Mods da sein. Weil manchmal sieht der Streamer auch selber was da geschrieben wird. Ciao. Bis zum Ende dieses Jahres möchte ich eine Million Follower erreicht haben. Ja, und ich war in diesem Jahr schon dreimal online. Also ihr seht, ich bin zielstrebig und arbeite an meinen Zielen. Aber dafür habe ich euch. Dafür habe ich so treu im Zuschauer. Ihr seid die Beste. Ihr seid die ABKer. Ich bin reich. Und ich scheiße auf alles. Boah. Todesing. Das ist das für's, gell? Bitte nicht schnippen. Bitte nicht schnippen. Der blende sich selbst. Schnarcht dir auch ja? Nein. Doch. Nein, ich schnarche. Du machst so. So ein leichtes. Ich mache jetzt zu stark, aber du hast so ein leichtes. Soll ich mal deine Schnarche nachmachen? Bitte. Und dann irgendwann mal kommt noch so. Das ist kein Schnarchen. Das ist Commanderkrieger beim Auftauchen. Bitte nur ein Tropfen probieren. Das kenne ich. Das habe ich auf TikTok gesehen. Das ist der Sauce. Das habe ich auf TikTok gesehen. Das ist der Sauce. Das hat 900 Mal höher als ein Jalapeno-Chelie. Bitte. Das wird krass. Hier geht's. Das hat schon gekostet. Selbst Stuld. Ich meine, er hat da richtig einen Tatschen draufgegeben. Einen richtigen Tatschen. Obwohl... Probieren wir mal. Schau dich das an. Lass dich hin. Lass dich hin. Lass dich hin. Hast du gegessen? Oh mein Gott, mein Maul ist so am Köln. Ich brauche eher was zum Einschmucken. Wer ist das? Ich warte noch ein bisschen. Ach, ich stelle da. Na, was kommt was? Hm. Ich weiß gar nicht, was er hat. Meine Fresse ist taub. Es knistert. Schmeckt gut. Meine Fresse ist taub. Es knistert. Es schmeckt gut. Mit dem Rabattcode. Geht auch mal dafür. Wenn du einen Crater-Code eintragen würdest, welcher wäre das? Hat Montana Black einen? Ja, keine Ahnung. Ich kenne keinen außer Montana Black und Trimax. Aber sonst... Okay. Ich habe den Code von Trimax drin. Wenn dein Onkel Montemar wieder ein neues Spiel testet. Man lebt doch eigentlich nur für die Frauen. Und jetzt? Alter. Nein, das darf ich sagen. Das darf ich sagen. Das darf ich sagen. Du malst das jetzt. Du musst das malen. Du musst das malen. Spinnst du? Tickst du noch ganz sauber? Lange Nacht? Geh ab jetzt. Das ist zu lang? Ja, ja, ja. Bin du kein Kleinkind? Doch. Verschwind. Wer ist das? Seine Mutter? Das ist zu lang. Okay, jetzt. Du wärst krank. Ich bin gleich fertig. Halbe Stunde noch. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Das ist... Nee, das ist... Nein, das bricht mich viel mehr. Boah. Was macht denn Ronaldo? Wieso sprintet der einfach mit 1000 kmh in MVP rein? Ach, ich hab zu rohlet geparkt. Oh mein Gott. Wenn ich ihn reinknalle, dann will ich ihn mit so viel Bums reinschmettern. Komm, 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 der geht drüber, der geht drüber. Boah. Oh, der letzte. Zu geil. War ziemlich cool heute. Aboniert gerne den Channel. Schaut auch immer nicht gerne auf TikTok, e2-Tobi vorbei. Oder auch gerne auf YouTube. Nein. Oder auch gerne auf e2-T. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Oder später auf TikTok. Und tschau.